Kennen Sie das auch? Sie sind Künstler, singen auf der Bühne, doch kein Mensch bewegt sich. Und egal, wie sehr Sie sich anstrengen, Sie bleiben stehen wie angewurzelt. Die einzigen Arme, die Ihnen entgegengestreckt werden, sind die mit Kamera in der Hand. Und all Ihre Motivationsversuche gehen ins Leere. Ach du Scheiße. Los jetzt! Das ist voll langweilig. Was? Wie einfallsreich. Also ich fand, das war jetzt ein bisschen zäh irgendwie. Und irgendwann können Sie sich nicht mehr beherrschen. Also so für fünf Minuten finde ich es auch ganz gut, aber nicht für dünner. Die finde ich ja zum Beispiel alle super hässlich hier. Ihr seid so peinlich. Es ist scheiße. Und Ihre Emotionen nicht mehr zurückhalten. Das muss doch nicht sein. Jetzt gibt es eine Lösung. Der Konzertworkshop auf dem Lenaisten Winterfest. Auch Konzert gehen will gelernt sein. Wir sind nicht mehr. Wir sind nicht mehr. Alle Männer sind noch hier zu grünen! Langsames Hin-und-Her-Schwängchen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017